richtig gefährlicher hallo leute herzlich willkommen hier zu einer neuen folge hier wo wir die kriegsgesichten spielen da fliegt uns da klar rein da müssen wir sehr konzentriert sein und nur noch einer zwei noch muss ich abdrehen unter uns geht die stellung ich sehe sie wir müssen sie schnell außer gefekt setzen ja wie gefällt dir das du idiot gut ein geschütz weniger das uns argen macht du hast ihn erwischt so leute was haben wir jetzt hier wir fliegen gegen die deutschen die stellung die wir ja infiltriert haben wo wir viele fotos geschossen haben weil wir uns auf illegalen Gebiete gegeben haben die bombardieren jetzt die stellung und wir haben jetzt nur noch zwei und wir müssen es reparieren da haben wir schon ziemlich was mitgenommen hat es ist schwer zu sagen jetzt darauf jetzt wirklich das so klarität treu ist denn wir haben es hier doch was wir mit einigen fliegern hier zu tun und ich glaube nicht dass wir das normalerweise unter normalen Umständen überlebt hätten die Bomber sind hier folge der Bomberformation halt die Jäger von ihnen fern kein Problem Wilson gleich wirst du staunen Jerry hat uns im Fahrtenkreuz und der Esdol wird nicht mit wir haben einen Bomber verdoren sie müssten es zur Rüstung schaffen sonst scheitert die Mission ich weiß ich weiß im Rüstung im Rüstung er hat sich um Rüstung das ist nur ein Kratzer ein Kratzer Ah, schon wieder ein Bomber verloren hier. Und abwärts! Oh! Die hat mir nicht knurz gebrochen, ja? Wir stehen bald nur noch aus Löchern! Der hat's auf uns abgesehen! Wir bringen uns von der Weg! Ja! Was für einen Schuss! Die Festung hat schon eine Menge eingesteckt! Viel ist nicht mehr übrig! Kümmere dich um die Jäger, bis die nächste Welle kommt! Die Krauts haben wohl unendlich viele Jäger, was?! Der wird die Kraut auf dem Weg gespielt! Wir haben die Kraut auf dem Weg gespielt! Das war's vom Weg! Untertitelung des ZDF, 2020 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 das war nicht so geplant das erste mal abgestürzt das ist echt eine schwierige er hat es auf uns abgesehen dann bringe uns von hier weg wir stehen bald nur noch aus Löchern wir stehen unter Beschuss wir haben sie schwer getroffen aber noch steht die Festung wir müssen weitermachen kümmere dich um die Jäger bis die nächste Welle kommt wir haben sie schwer getroffen aber noch steht die Festung oh verdammt feind auf 6 Uhr schüttel ihn ab warum warum das ist echt so schwer das ist ganz schwierig das ist ganz einfach es ist ja aber klar ok k reis die kann die 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 Wir haben einen im Nacken. Mach was! Unsere Bomberformationen nähert sich. Hält die Jäger der Cherix von ihnen fern. Halt durch! Feindbeschuss! Feindbeschuss! Die Bomber zerstören! Das war der letzte! Das gleiche wieder. Reingeflogen. Das ist eine schwierige Mission. Wir müssen uns etwas überlegen. Vielleicht auch bei der Störung etwas umändern. Ich werde mir jetzt mal die Optionen und die Störung anschauen. So. Mmm. So. So, versuchen wir es mal. Ich weiss, ich weiss, wer hat es auf uns abgesehen? Dann bring uns von hier weg. Wir stehen unter Beschuss. Das wäre ein heftiger Beschuss. Ich glaube nicht. Wir dürfen nicht so lange hinter diesen hinterherfliegen und versuchen jetzt wirklich jeden hier auszunocken. Und dass der von hinten nicht in den Haus hängt. Halt die Jäger von ihnen entfernt! Kein Problem, Wilson! Gleich wirst du staunen! Meine Form war verloren! Sie müssen es zur Festung schaffen, sonst scheitert die Mission! Ich weiss, ich weiss! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Jetzt haben wir sehr gut gekämpft, gar keine Bomben mehr übrig. Das war jetzt echt stark für uns. Ich hoffe, dass wir weitergehen können. Da, 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 da. Das ist recht viel, schau. Wir haben sie schwer getroffen, aber noch still die Festung! Wir müssen weitermachen! Die Jäger bis die nächste Welle kommt! Die Karte haben wohl unendlich viele Jäger! Was?! Unglaublich! Schon wieder! Also man muss einfach ein paar Wänden hier überstehen. Und dann ist es eigentlich gut. Bis zum Beispiel jetzt auch. Und dann ist es eigentlich gut. Bis zum Beispiel jetzt auch. Ich weiß, ich weiß! Wir brauchen die Vögel in der Luft! Wow! Ich hab meinen gesagt, was? Oh verdammt! Ich hab' einen Schuss! Ich hab' einen Schuss! Ja, ist mir aufgefallen. Danke! Ein durch! Was für ein Schuss! Die Festung hat schon eine Menge eingesteckt! Viel ist nicht mehr übrig! Kümmere dich um die Jäger, bis die nächste Welle kommt! Das war's! Das war's! Nein, das war's! Wir sind getroffen. Wir sind okay. Halt einfach durch. Unsere Bomberformation nähert sich. Hält die Jäger den Jerrys von ihnen entfernt. Fisch da! Halt! Halt beschuss! Halt beschuss! Schnauze! Ich darf nicht so lange drauf bleiben, wenn hier 5 Fliege im Nacken sind, das ist wohl eigentlich logisch. Ich hoffe es muss nicht schon wieder. Von vorne anfangen, das war nämlich nicht bitter. Unter uns geht Fluchabwehr in Position. Wir werden unsere Bomber vernichten. Terry hat uns im Pfadkreuz. Komm dich fest und werden dich fehlen und amatisch! Sie müssen es zur Festung schaffen, sonst feiert er die Mission! Ich weiß, ich weiß! Komm los ab! Wir treffen einfach nicht, das Ziel ist verdammt schwer hier. Ich weiß nicht, dass ich es mit der Maus wahrscheinlich nicht geschenke. Der Jäger ist erledigt! Ein durch! Jetzt kommt noch ein Ziel! Wir haben es geschafft! Wollen wir den Garten gewonnen? Weiter so! Noch ist es nicht vorbei! Wir erwarten kurze weitere Bomber! Ja und es kommen auch immer mehr Jäger! Ach, was solls! Wow, der ist gut! Was? Hinter uns ist einer! Verdammt, das war knapp. Feucht mich aus! Ja, ist mir auch zu fallen, danke. Das war für mich. Wir haben einen hinter uns. Kein Geschuss! Ja, ist mir aufgefallen, danke. Da muss ich echt gut retten, denkst du. Letzte, hoffentlich letzte Bomberstadt-Bester. Ich hab ihn mit. Schönen wir ihn. Das war der letzte. Gott sei Dank. Jetzt bin ich gespannt. Sie sind wahrscheinlich abgestürzt. Und sind natürlich mitten im feindlichen Gebiet. Ich bin gespannt was jetzt dann kommt. Oder ob sie uns beide überlebt haben. Das war jetzt eine echt schwierige Mission. Und man bedenkt, dass das Ziel mit den Joysticks ja verdammt schwer ist. Also auch mit der Maus könnte ich mir das sehr, sehr viel einfacher vorstellen. Da man ja wirklich komplett drauf halten kann, was man eigentlich möchte. Und da heißt man wirklich auf die Joysticks. Muss man sich hier verlassen und wirklich genau und extrem leichte Fingerfertigkeiten haben. Und das kann schon mal schwierig sein, denn jetzt ist das knapp 20 Uhr. Ich bin über. Er hatte seine Nase ins Niemandsland gebohrt. Einige hundert Meter von der Stelle entfernt, wo ich gelandet war. Wilson, der arme Kerl, war nicht mehr rausgekommen. Hör ich für ihn. Ich hatte ganz andere Probleme. Und wir sind jetzt in mitten im feindlichen Gebiet. Und ich bin gespannt, ob wir das wirklich schaffen. Von dem her bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Weiter geht's in der nächsten Folge werden wir ihn unterstützen. Hoffentlich durch dieses Gebiet zu kommen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bleibt safe. Euer Mr. Spielberg. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.